Hi, hier ist nochmal Janis Schakarian. Marius ist immer noch im Urlaub und da in weiten Teilen Deutschlands heute Feiertag ist, gibt es diese Woche keine neue Folge Stimmen fangen. Aber wenn ihr trotzdem Bock auf Innenpolitik habt, meine Kollegin Regina Steffens hat was für euch. Sie hostet den Podcast Klimabericht beim Spiegel und hat diese Woche gemeinsam mit unserer Spiegel Klimaexpertin Susanne Götze die Klimabremse auseinandergenommen. Also wer bremst eigentlich gerade die Klimapolitik am meisten? Regina, was hast du aus der Folge mit Susanne mitgenommen? Ich habe vor allem eines gelernt, mir ist wirklich klar geworden, Klima leugnen, die Klimakrise leugnen ist nicht mehr en vogue, sondern eher so als Klimabremser auftreten und als Skeptiker. Das heißt, nicht mehr klar zu sagen, nö, gibt es alles nicht, sondern immer weiter Argumente zu streuen. Klimapolitik ist zu teuer. Klimapolitik kostet uns ganz viele Arbeitsplätze und der Wandel an sich. Also genau durch sowas geht Klimaschutz verloren und wird gebremst. Okay. Und wer sind also die Player, die ihr identifiziert habt, die dann sowas streuen und diese Argumentation befeuern? Susanne und ich haben so festgeschrieben, es sind eigentlich die, die die Krise verstanden haben, aber ihre Dringlichkeit vielleicht noch nicht. Also die sagen, ja, wir können es noch ein bisschen Zeit lassen. Morgen geht es ja noch nicht die Welt unter. Natürlich sind das Unternehmen und ihre Interessensverbände. Also die, die an fossilen Geschäftsmodellen festhalten. An Öl, an Gas, an Kohle und alles, was man eben so daraus herstellen kann. Und es sind auch Politikerinnen und Politiker. Und das aus allen Parteien. Also auch von den Grünen der vermeintlichen Klimaschutzpartei. Okay. Will ich sofort ganz viel darüber wissen, warum bremsen zum Beispiel die Grünen? Bei der FDP gibt es ja ein paar, da kann man sich das schon denken. Da habt ihr auch einen aufgetan, der früher sich sogar selber als Klimaskeptiker bezeichnet hat. Genau. Das ist nicht Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister, sondern ein FDP-Bundestagsabgeordneter, der sich sehr lyrisch mit dem Klima und seiner Skepsis dazu auseinandergesetzt hat. Und mehr sage ich jetzt nicht. Das Gedicht gibt es zu hören. Okay. Also lyrisch, Gedichte, knallharte Klimapolitik. All das gibt es diese Woche im Klimabericht. Ich packe euch den Link gerne in die Show Notes. Das klingt doch nach einer guten Feiertagsbeschäftigung. Und wir hören uns hier nächste Woche nochmal.